Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Alpcasts, Episode Nummer 36 und wie ihr es im Titel gelesen habt bestimmt, geht es heute um das Thema Werte. Wobei, man muss gleich zu Beginn sagen, Werte, das ist fast schon ein wenig zu kurz gegriffen, wenn wir über das heutige Thema sprechen, denn eigentlich möchte ich etwas weiter ausholen, was das betrifft, denn wir haben uns ja schon mal über persönliche Intentionen unterhalten, was bewegt uns dazu in die Berge zu gehen, ich habe da auch ganz viele tolle Mails und auch Kommentare von euch diesbezüglich erhalten. Insofern, diese Werte, diese persönlichen subjektiven Werte, die werden heute vielleicht gar nicht das größte Thema sein, sondern eigentlich finde ich es spannend, sich mal mit den Werten jener auseinanderzusetzen, die den Berg zwar nutzen, aber eben nicht aus den gleichen Intentionen wie wir, wie wir Zuhörer. Denn das Fazit dieser Episode möchte ich hier gleich mal fast schon als künstlerisches Element vorwegnehmen und sagen, wir sind eigentlich eine kleine Gruppe an Menschen, die im Vergleich zu dem Rest der Welt wirklich unbedeutsam ist und die Berge nutzen aber im Endeffekt viel mehr Leute als nur wir und deswegen lohnt es sich mal, die Beweggründe der anderen, der Menschen, die diese Berge oder die Berge im Allgemeinen aus ganz anderen Gründen nutzen oder sie auch ganz anders interpretieren, sich mal anzuschauen und zu überlegen, was das eigentlich für uns bedeuten kann, ob wir uns davon irgendwas abschauen können oder letztlich zumindest immerhin wissen, warum wir nicht einzig und allein den richtigen Grund mit uns herumtragen, in den Bergen zu sein. Starten wir deshalb mit wahrscheinlich dem größten Grund, den es für die Menschheit gibt, Berge zu betrachten und Berge zu interpretieren. Das ist nämlich Religion. Religion ist etwas, und da möchte ich gleich mich ganz deutlich positionieren, womit ich persönlich nichts anfangen kann. Ich bin zwar getauft, aber ich habe keinerlei Beziehung zur Religion, zu meiner Religion, also ich bin zwar katholisch, aber ich kann mit dem ganzen System dahinter persönlich nichts anfangen. Ich kann auch mit den anderen Religionen, mit dem Islam, mit dem Buddhismus, dem Hinduismus und so weiter auch ebenfalls relativ wenig anfangen. Also für mich ist das eigentlich alles egal. Ich finde es großartig, wenn Leute darin einen Sinn sehen, denn dann haben sie vielleicht auch eher etwas mehr, woran sie sich im Leben festhalten können. Für mich persönlich hat es aber einfach nie eine große Bedeutung gehabt. Ich wurde so nicht erzogen und ich habe dazu einfach, ja, überhaupt keine Position. Deswegen meine Position ist, dass ich keine Position habe und dass es mich nicht sehr tangiert, wie Religion im Alltag sich integriert, in der Gesellschaft integriert. Eins kann man auf jeden Fall sagen, es gibt wahrscheinlich keine großartige oder keine große Religion, die nicht für einen Krieg verantwortlich ist, die nicht für sehr viel Leid irgendwann in der Geschichte verantwortlich war. Und in diesem Sinne muss ich sagen, dass ich hier schon definitiv auch kritisch gegenüber der Religion als Ganzes oder Religionen als Ganzen bin. Aber das ist vor allen Dingen interessant, dieses ganze Thema Religion, wenn man sich das Ganze mal im Kontext der Berge anschaut. Denn Berge sind in der Tat auch in der Religion ganz wichtig. Und dabei sollte man nicht nur an den Buddhismus oder an den Hinduismus denken, sondern kann sich durchaus auch mit europäischen Religionen und Subarten der Religion auseinandersetzen. Wenn wir zum Beispiel an den Olymp, also den Sitz der griechischen Götter, denken, das ja definitiv auch etwas Religiöses hat, eine religiöse Symbolik. Schließlich waren die griechischen Götter ebenfalls etwas, dessen Existenz man nicht beweisen oder bestätigen konnte, sondern was man einfach akzeptiert halt als bestehend und existent. Aber da gibt es natürlich in Europa auch noch sehr viele andere Beispiele, die der Elbos beispielsweise gilt als heiliger Berg, der Sintflutberg heißt er auch. Es gibt viele Kloster, die auf Bergen in Europa stehen. Also es gibt schon sehr, sehr viele Orte, auch hier in den Zentralalpen, in denen die Religion am Berg eine große Rolle spielt. Wir dürfen nicht vergessen, dass die meisten Kreuze, die wir hier in den Ostalpen auf den Bergen finden, eine religiöse Bedeutung haben. Vielleicht nicht für uns als Besteiger, aber für irgendjemanden hatten sie definitiv eine religiöse Bedeutung, sonst würden sie da nicht oben stehen. Natürlich hat Religion auch immer einen sehr, sehr starken Einfluss auf Kultur und auf die Bauten, die es heute so gibt. Und darunter fallen definitiv auch die Kreuze, Kapellen und Kirchen, die auf Bergen stehen. Wir sehen das zum Beispiel sehr stark an den südlichen Ausläufern der Alpen, in den Dolomiten, wenn man zum Beispiel in der Region Gardasee, also Trient in dieser ganzen Gegend unterwegs ist, sieht man immer wieder Kapellen und Kirchen auf Bergen herumstehen, wo viele Leute dann einfach morgens raufgehen auf den Berg und dort dann in der Kirche beten gehen. Also es gibt durchaus eine sehr, sehr starke religiöse Verbindung zwischen Berg und auch den europäischen Religionen. Insofern darf man nicht nur nach Asien schauen, wobei man hier natürlich dann unter Anführungszeichen das extremste, die extremste Form der religiösen Auseinandersetzung mit dem Berg finden würde. Schauen wir doch einfach mal kurz nach Asien und überlegen uns, wie Religion hier einen Einfluss auf die Bevölkerung hat und das beeinflusst natürlich dann auch gleichzeitig die Werte, die die Menschen mit diesen Bergen verbinden. Schauen wir zum Beispiel in den Nahen Osten. Wir müssen ja nicht gleich ganz nach Asien schauen, aber schauen wir vielleicht mal in den Iran beispielsweise. Im Iran, da gibt es die Damawand. Die Damawand spielt in der iranischen Mythologie eine große Rolle. Sie ist ein Ort der Heldensagen, sagt man, und das alles ist in gewisser Weise auch religiös zuzuordnen, aber in erster Linie auf jeden Fall mal, wenn wir über Mythologien und Sagen sprechen, dann ist das zumindest etwas sehr Traditionelles, etwas, womit die Menschen etwas verbinden, obwohl sie dazu keinen haptischen Bezug haben, außer den Berg selbst. Die Geschichten dazu, die wurden irgendwann erfunden, zumindest wenn ich das jetzt so in einer nüchternen Betrachtungsweise so ausformulieren darf. Geschichten aus der Religion wurden zum größten Teil ja erfunden, gerade die Mythologien. Also da gibt es ja nicht viel, was tatsächlich passiert ist oder was tatsächlich belegbar ist. Insofern, das sind Geschichten, die in einen Berg hinein interpretiert werden und der Berg dient dann als das Symbol oder vielleicht teilweise, wenn wir gleich nach Asien sehen, auch als die Personifizierung einer gewissen Geschichte, einer gewissen Mythologie oder eben einer ganzen Religion. Schauen wir zum Beispiel nach Südasien, da sehen wir beim Meru, bei dem Berg Meru, dass er zum Beispiel in der hinduistischen und buddhistischen Kosmologie eine ganz zentrale Rolle spielt. Aber natürlich gibt es da auch noch ganz andere, wie zum Beispiel den Machapuschare, den Kailash, die Annapurna. All das sind Götter im Sinne des Buddhismus und des Hinduismus. Und da können wir kurz mal einen kleinen Köpflein in diese Ideologie dahinter machen. Wenn wir darüber nachdenken, dass die Berge Götter sind, spielen wir einfach mal mit, sagen wir einfach mal, egal ob wir das jetzt glauben oder nicht, gehen wir einfach davon aus, dass die Berge Götter sind. Dann ist es natürlich die logische Konsequenz, dass diese Berge sehr erzürnt sind manchmal, diese Götter manchmal sehr erzürnt sind. Dann kommen Lawinen, Steine und so weiter herunter. Einen Berg, der heilig ist zu besteigen, ist natürlich etwas schwierig, denn in erster Linie begegnen wir uns da mit dem Gott oder mit der Göttin selber. Wir konfrontieren uns da mit dem höchsten Geschöpf, das es ja im Universum nach dieser Logik geben könnte. Wir setzen uns also nicht einen Berg aus, sondern wir setzen uns der Gewalt eines Gottes aus. Und das alles ist natürlich sehr einschüchternd, weshalb viele Buddhisten und Hinduisten natürlich auch diese Berge scheuen und sagen, nein, wir lassen diese Berge in Ruhe. Sie sind definitiv nicht berechenbar. Wir sind nur von ihrer Gutherzigkeit oder Barmherzigkeit abhängig und die dürfen wir natürlich nicht provozieren oder herausfordern. Im Spiel der Religionen macht diese ganze Argumentation natürlich auch sehr viel Sinn. Wenn der Berg eine Figur ist, dann kann diese Figur natürlich auch für sich selbst entscheiden und handeln und kann selbst entscheiden, ob er uns oder sie uns gewähren lässt oder nicht. Im Kontext einer rationalen Betrachtungsweise ist das natürlich kompletter Unsinn. Aber ich bin auch jetzt nicht hier, oder zumindest jetzt gerade in meiner Rolle jetzt hier nicht, um das zu bewerten, sondern vor allen Dingen, um das zu verstehen oder verständlich zu machen. Einen Berg als Gottheit zu interpretieren oder zu personifizieren, ist natürlich interessant, wenn man es in den Kontext der Besteigungen setzen möchte. Gerade in Nepal und auch in China ist das sehr interessant, wenn man sich überlegt, dass die Menschen, die dort leben, ja großteils auch für die Besteigung dieser Berge mehr oder weniger mitverantwortlich sind. In erster Linie standen immer die Europäer oder großteils die Europäer auf diesen Bergen und nicht die Sherpas oder die Hunsas in Pakistan. Tatsächlich ist es aber so, dass viele dieser Leute gar nicht so einverstanden sind damit, dass sie diesen Berg besteigen. Er ist für sie teilweise immer noch heilig, er ist teilweise immer noch besetzt mit einer Göttin oder einem Gott und dementsprechend ist ihnen das zwar nicht recht, aber sie wissen auch, dass sie von irgendetwas leben müssen. Natürlich könnte man jetzt darüber nachdenken, ob man nicht eigentlich eher den religiösen Wert vor dem finanziellen Wert stellen sollte, aber da kommen wir dann natürlich auch wieder in die Frage, sind wir wirklich so überzeugt davon, dass es dann diese Götter auf diesen Bergen wirklich gibt oder ist es einfach nur etwas, was wir in Betracht ziehen, aber am Ende des Tages doch die Fakten und das Brot auf dem Teller mehr zählt. Aber gut, das ist eine Diskussion und eine Frage, die jeder mit sich selber ausmachen muss, ob das jetzt irgendwie widersprüchlich ist oder nicht, aber bleiben wir vielleicht bei dem Thema der Berge, der Götter in den Bergen. Jetzt schauen wir vielleicht mal kurz von den nepalesischen Himalaya-Gebieten und dem Karakorum weg, gehen wir nach China. In China ist das nämlich nochmal ganz speziell, denn da ist es nicht nur einfach eine Religion, sondern da ist es vor allem die Kultur, die hier auf die heiligen Berge in China zurückblickt oder auch heute noch hinblickt. Die heiligen Berge in China, die fünf heiligen Berge des Taoismus beispielsweise, die der Taishan, der Hengshan, Songshan, Huashan und Hengshan in einem anderen Gebiet, diese fünf Berge stehen alle rundherum in China verteilt, ironischerweise, denn das Land der Mitte, das wurde dann letztlich auch deshalb zum Land der Mitte, da man diese fünf Berge um die Mitte ergänzt hat, damit es sozusagen auch wieder das Reich der Mitte ist. Aber man sieht auch hier wieder ein ganz klarer Bezug, vor allen Dingen religiös, ein ganz klarer religiöser Bezug zu den Bergen. Das ist in ganz Asien, aber eben auch in Europa nicht zu verdenken. Religion und Berg, das ist jetzt irgendwie, naja, das hängt halt mehr oder weniger zusammen. Es könnten viele, ich sage jetzt mal, wissenschaftlich angehauchte Personen würden sagen, naja, Religion ist ein Ausdruck fehlender Bildung, denn wer gebildet ist, weiß, dass Religion so nicht funktionieren kann. Es keine rationale Erklärung für Religion gibt oder für das, was man hier eben glauben möchte. Interessanterweise kommen ja viele dieser Bergreligionen, sage ich jetzt mal unter Anführungszeichen, oder dieser religiösen Symbole in den Bergen durch die Vergangenheit in der Bildung tatsächlich nicht so, ich sage mal, ein großes Thema war oder auch die Forschung noch nicht so weit war. Denn schauen wir zum Beispiel in die Geschichte der Vulkane, dann haben viele Menschen, gerade die in den Dörfern rund um Vulkane gelebt haben und das ist nicht nur ein Thema für Asien oder Südamerika, sondern auch in Europa beispielsweise, am Stromboli oder in Sizilien am Ätna, da leben auch Menschen am Fuß dieser Berge und ein Vulkan ist im Endeffekt ja nichts anderes als ein Berg und dieser Vulkan, der brach natürlich auch früher schon regelmäßig und unregelmäßig aus und die Menschen mussten mit diesem Naturereignis, was einfach nicht zu erklären war, ja irgendwie etwas anfangen. Sie mussten das interpretieren. Es war, es ist auch für ungebildete Menschen, sage ich jetzt mal, im Mittelalter schon wichtig gewesen, irgendeine Erklärung dafür zu haben. Und wenn dann jemand kam und sagte, der Berg ist erzürnt über irgendetwas, was wir hier tun, dann war das vielleicht jetzt nicht unbedingt die richtige Erklärung, aber es war die beste Erklärung, die die Menschen hatten. Und so konnten diese Berge natürlich dann auch einen sehr, sehr starken Platz in der Symbolik der Religionen und Mythologien finden, denn sie konnten so sehr viele Fragen beantworten, die in diesen Zeiten einfach nicht zu beantworten waren. Insofern ist das ganz, ganz spannend, wenn man sich damit mal auseinandersetzt, woher eigentlich solche heiligen Berge wirklich kommen. Die Herkunft dieser heiligen Berge ist aber nicht nur dadurch geprägt, dass sie irgendwann einmal explodiert oder ausgebrochen sind, sondern auch durch ihre einzigartigen Formen. Das sieht man beispielsweise am Machapuchare in Nepal. Dieser ist allein schon deshalb heilig, denn er ist der Sitz des Amitabha. Dieser buddhistisch verehrte Berg ist nur deshalb so unglaublich verehrt, weil er eben sehr einzigartig in seiner Form ist. Und jetzt würden natürlich alle Schweizer Zuhörer sagen, ja, der sieht ja aus wie das Matterhorn. Ja, könnte man meinen. Und wenn die Religion Buddhismus hier in der Schweiz oder in Zentraleuropa allgemein sehr stark vertreten war, dann könnte man vielleicht auch davon ausgehen, dass das Matterhorn heilig wäre. Das wäre auf jeden Fall für den Tourismus etwas besser, denn der Machapuchare darf so auch überhaupt nicht bestiegen werden. Es ist einer vieler Berge eigentlich, die in Nepal nicht bestiegen werden dürfen, weil sie eben heilig sind. Es gibt da eine ganze Liste an Bergen, aber man darf viele Berge natürlich trotzdem besteigen. Aber die heiligen Berge, und da kommen wir jetzt leider in dieses Absurde, der Sagamata, also der Mount Everest, ist ja eigentlich auch heilig, aber der darf dann wiederum doch bestiegen werden. Hier geht es dann wahrscheinlich schon eher wieder mehr um Wirtschaftsinteressen, aber viele andere Berge dürfen dann eben nicht bestiegen werden. Der Machapuchare beispielsweise, der wurde schon einmal bestiegen, aber eben nicht bis auf den Gipfel. Das war eine Kompromisslösung, nur um mal zu sehen, wie sieht es da oben eigentlich aus, wie sind dort die Verhältnisse, die Bedingungen, die Aussicht und so weiter. Aber aus Respekt hat man diese Expedition kurz vor dem Gipfel natürlich dann wieder abgebrochen. Ich glaube, diese Leute, die das damals angegangen sind, die hätten wahrscheinlich auch mit dem Tode rechnen müssen, wenn sie tatsächlich dann unten im Tal gesagt hätten, dass sie am Gipfel des Machapuchare waren. Auf den Bergen gilt es, die Götter in Ruhe zu lassen, denn sonst erzürnen wir die Götter, und die würden uns dann bestrafen mit Erdbeben, Lawinen und so weiter. Alles, was man eben in diesen Regionen so kennt. Das bedeutet, ob ein Berg heilig ist oder nicht, ob er verehrt wird oder nicht, das können wir rational ehrlicherweise selten so ganz gut sagen. Also als jemand, der nicht religiös ist, lässt sich das für mich auch nicht immer ganz gut nachvollziehen, warum jetzt manche Berge hochreligiös sind und manche nicht. Ich denke da an den Merapi in Südostasien, das sieht aus wie ein Schotterhaufen. Ich weiß nicht genau, warum dieser Berg religiös ist. Es gibt dazu sicher auch eine großartige Mythologie, aber unterm Strich rational lässt es sich ja offensichtlich oftmals nicht erklären. Bei Machapuchare gibt es zumindest eine rationale Erklärung dafür. Und wie gesagt, bei den Vulkanen eben auch, wie sich das herleiten lässt. Aber gut, jetzt haben wir genug über Religion gesprochen. Es ist jedenfalls ein wichtiger Wert. Religion ganz allgemein ist ein wichtiger Wert für die Menschen. Und das ist ja eigentlich das Thema des heutigen Podcasts, die Werte hinter den Bergen. Wenn wir uns eingehend mit Werten beschäftigen, dann erfahren wir, dass Werte eigentlich etwas Subjektives sind, was wir selbst uns bilden und wahrnehmen und dann in einer größeren Gruppe, wenn wir die Werte miteinander teilen, vielleicht zu einem gesellschaftlichen Wert machen können. Und diesen gesellschaftlichen Wert erkennt man ja vor allen Dingen daran, dass Menschen oder eben diese entsprechende Gruppe sich es auf die Stirn haftet, diese Werte zu verteidigen, sich dafür einzusetzen und sie vielleicht auch durchzusetzen. Das sehen wir zum Beispiel an demokratischen Werten. Wir hier in Europa sind sehr bedacht darauf, die demokratischen Werte des Recht auf Meinungsfreiheit usw. zu verteidigen. Das sind Werte, die wir hier sehr schätzen. In anderen Ländern schätzen sie diese Werte überhaupt nicht, schätzen dafür wieder ganz, ganz andere Werte. Und in streng religiösen Ländern sind es eben die religiösen Werte, die sehr streng beschützt werden oder auch neu durchgesetzt werden. Besonders erkennt man das zum Beispiel am Islam, der sich ja heute sehr stark weiterentwickelt. Und ich möchte das gar nicht bewerten, ob das jetzt hier eine negative oder positive Entwicklung ist. Das ist jetzt nicht der richtige Platz für religiöse Diskussionen im gesellschaftlichen Kontext. Aber ich möchte nur sagen, dass sich Religionen auch heute, obwohl sie vielleicht manchmal etwas rückschrittlich scheinen mögen, ja immer weiterentwickeln, immer neue Interpretationen finden. Und auch hier kann es sein, dass Berge wieder eine ganz neue Interpretation, eine ganz neue Bedeutung bekommen könnten. Werte sind also etwas Spannendes, denn wir bilden sie uns zwar selber ein, aber trotzdem tun wir irgendwann so, als wären sie Gott gegeben und wären sie gesetzlich so verankert. Und Werte werden ja auch, wie man im Grundgesetz sehen kann, oftmals gesetzlich verankert. Trotzdem sollte man den persönlichen Wert gerade beim Bergsteigen nicht gerade so wichtig bemessen wie ein Grundrecht. Werte sind ja etwas, was gerade erst dann wichtig wird, wenn eine große soziale Gruppe sich dafür einsetzt. Beim Bergsteigen muss man sagen, generell sind alle Menschen, die auf Berge wandern, ja eher immer noch in der Unterzahl, eine sehr kleine Gruppe. Und wir als Bergsteiger, die vielleicht ausschließlich für die Leidenschaft des Bergsteigens hochgehen, also unser Wert ist dann vielleicht die Einsamkeit oder die Ruhe oder diese besonderen Erlebnisse, die Aussicht und so weiter. Damit sind wir ja dann nochmal in einer noch stärkeren Minderheit. Deshalb lohnt es sich vielleicht, die Werte anderer sich anzusehen und zu sehen, warum sie auf Berge gehen oder wie man eben im Kontext der Religion sieht, eben nicht auf Berge gehen. Schauen wir uns den Kilimanjaro an. Machen wir einen Ausflug nach Tansania. In Tansania steht der höchste Berg Afrikas, der Kilimanjaro. Der Kilimanjaro ist heute dafür bekannt, dass er ein beliebtes Ziel für Tracking und Touristen ist. Touristen, das haben wir in einem uralten Podcast schon mal erklärt, unterscheiden sich von den klassischen Bergsteigern dadurch, dass ihre Beweggründe wahrscheinlich nicht die gleichen sind wie das des Bergsteigers. Deshalb sollte man vielleicht die Touristen gesondert, so wie wir das jetzt mal kurz machen, behandeln und darüber nachdenken, warum Touristen eigentlich auf den Kilimanjaro gehen. Für die meisten Menschen ist der Kilimanjaro deshalb interessant, weil er der höchste Berg Afrikas ist und gleichzeitig sehr leicht zu besteigen ist, gerade über die leichten Routen. Und dadurch wird er zum Ziel des Massentourismus. Man möchte irgendwo, und das ist wahrscheinlich ein menschliches Verlangen, mal irgendwo auf dem Höchsten stehen. Man möchte irgendwas, das Weiteste geschafft haben, vielleicht das Meiste, das Weiteste, diese Superlative. Das sind Worte, die uns Menschen irgendwie mehr begeistern als das Zehntmeiste, das Zehnthöchste und so weiter. Natürlich haben diese Dinge auch einen Wert, aber eben zehnmal weniger Wert als das Höchste, das Weiteste, das Meiste. Und so möchten viele Leute eben auch auf dem höchsten Berg Afrikas stehen, gerade wenn er vermeintlich so geschenkt ist, dieser Berg. Denn es ist wirklich einfach und viele Leute trauen sich darauf, wo man sagen würde, haben die da eigentlich echt was verloren? Ich kann da nur eine großartige Dokumentation von einem Reportageteam, das gibt es auch auf YouTube, empfehlen. Da ging ein Mann mit seinem Vater, ein Reporter mit seinem Vater, auf den Kilimanjaro und filmte da über die beliebteste Route, die sogenannte, oder die umgangssprachlich genannt, Coca-Cola-Route, diesen ganzen Wahnsinn und dokumentierte den Wahnsinn des Kilimanjaros mit. Und das ist ganz spannend, denn hier treffen wir plötzlich auf Menschen, die aus ganz unterschiedlichen Gründen auf den Kilimanjaro steigen, aber in erster Linie aus touristischen Gründen. Für diese Menschen ist der Wert des Berges eigentlich zweitrangig. Der Wert liegt darin, etwas im Superlativ zu schaffen. Das ist in heutiger Zeit natürlich immer seltener geworden. Immer seltener gibt es etwas, was wir als das Höchste der Gefühle, das Höchste des Machbaren betrachten können und uns hier im Vergleich mit anderen Menschen an die Spitze stellen können. Das passiert sehr, sehr selten. Denn dadurch, dass wir so gut vernetzt sind mittlerweile, sehen wir ja auch, dass es sehr viele Menschen gibt, die vielleicht mehr oder das Gleiche können wie wir. Früher war das anders. Früher konnte man sich im Dorf messen und wenn man der Beste im Fußball war, im Dorf, dann war man der beste Fußballspieler. Es gab diese großen Vergleichswerte vielleicht nicht so stark, wie es sie eben heute gibt. Und das Ganze sieht man dann natürlich bei Einzelsportarten zum Beispiel noch mehr. Die Superlative, die sind also immer wichtiger für die Menschen geworden, weil sie immer weniger wurden. Wir haben sie sozusagen durch die künstliche Verknappung mehr oder weniger immer spannender und interessanter gemacht. Und das führt uns natürlich dazu, dass man vielleicht auch mal auf dem höchsten Berg von irgendwas stehen möchte, so eben den Kilimanjaro, denn er ist verhältnismäßig, wenn man das jetzt nur mit den anderen höchsten Bergen der Kontinente vergleichen möchte, ein fast schon geschenkter Berg, gerade über die Coca-Cola-Route. Diese Menschen kommen aber nicht mit dem Wert hierher, einem religiösen Sinnbild irgendwie nachzugehen. Sie kommen auch nicht mit dem Wert hierher, eine bergsteigerische Leistung zu vollbringen. Sie kommen eben nur mit dem Wert hierher, dem Superlativ irgendwie gerecht zu werden. Es gibt in dieser eben genannten Reportage wahnsinnig viele Bilder von asiatischen Reisegruppen, die mit Sonnenschirmen irgendwie da rauf, stolzieren in ihren High Heels und so weiter. Also ganz, ganz skurrile, absurde Bilder. Und das alles zeigt doch eigentlich, dass es überhaupt nicht um den Berg geht. Es geht auch überhaupt nicht um das Erlebnis. Es geht irgendwie nur darum, oben gewesen zu sein. Also quasi im Zuge eines Touristenprogramms dieses Superlativ erreicht zu haben. Jetzt muss man sich fragen, ob man damit den Berg entwertet. Naja, man kann auf der einen Seite argumentieren, dass wir selbst als Menschen immer dafür verantwortlich sind, uns einen Wert für etwas ganz grundsätzlich selbst zu machen, zu erstellen. Wenn mir etwas sehr viel wert ist, dann kann es eigentlich zweitrangig sein, ob es für jemand anderen den gleichen Wert hat oder gar keinen Wert oder einen sehr hohen Wert. Anders sieht das aber aus, wenn andere Menschen aufgrund der Tatsache, dass sie den Wert nicht erkennen, den Wert anderer, den sie wahrscheinlich in diesen Berg legen, Beispiel Machapuchare, dass sie ihn damit entwerten für andere. Wenn ich nicht akzeptieren kann oder wenn ich nicht realisieren kann, dass für dich mein Hausberg ein unfassbar wichtiges und wertvolles Gut ist und du dann da raufgehst in einem respektzollenden Zustand und dich quasi voll dem Berg hingeben möchtest in seiner pursten Form und dann stapfe ich mit der Jukebox an dir vorbei und da spielst laute Musik raus und ich schreie herum und ich mache da Party mit ganz vielen Leuten, dann entwerte ich für dich das Erlebnis, denn du kannst ja im Prinzip überhaupt nicht nachvollziehen, wie ich so respektlos gegenüber diesem Berg sein kann. Und so sehen es tatsächlich viele Leute, die beispielsweise am Fuße des Mount Everest leben, denn die Sagamata ist für die Nepalesen heilig, obwohl sie immer wieder bestiegen wird und viele Leute finden das überhaupt nicht gut. Und deshalb zurück zum Kilimanjaro, Kilimanjaro, die Frage, ob wir eigentlich als Menschen nicht doch auch den Wert anderer beeinflussen können, indem wir selbst für uns keinen Wert in Dingen sehen. Wenn ich etwas kaputt mache von jemandem, weil ich denke, dass es wertlos ist, dann kann es für den eine ganz schön schlimme Sache sein, wenn es für ihn ein sehr wertvolles Objekt beispielsweise war. Der Kilimanjaro ist für mich persönlich nur ein Berg, aber er wird dadurch entwertet, dass sehr viele Leute ihn besteigen, in einer Form, wie ich es finde, dass es nicht notwendig ist, beispielsweise durch so große Touristengruppen, wenn so große, hundertfache Herden von Sherpas oder in dem Fall einfach Träger, es sind ja keine Sherpas, Entschuldigung, aber Träger und dann entsprechende Touristengruppen hinterherziehen, dann finde ich das meiner Meinung nach, ja, sehr respektlos gegenüber dem Berg, gegenüber dieser wahnsinnig schönen geologischen Form. Ich möchte diese geologische Form irgendwie so besteigen, dass ich in Ruhe, aber auch mit dem notwendigen Respekt vor der Natur im Ganzen, da hochsteige und das gelingt mir einfach nicht, wenn dann so viele Leute sich irgendwie wie auf einer Autobahn da hochtummeln und die Wege entsprechend angepasst werden, sodass die Wege auch leicht genug sind, damit sie von jedem Touristen tatsächlich geschafft werden können und dann werden da Zelte hochtransportiert für jeden. Jeder kriegt ein eigenes Zelt und dann gibt es noch ein eigenes Klozelt und dann gibt es noch das und das und das und dann gibt es ein Küchenzelt und dann gibt es fünf Köche, die quasi eine ganze Touristengruppe bekochen und so weiter und ich muss mich in diesem Irrsinn wiederfinden, wenn ich auf diesen Berg hochgehen will, obwohl ich ja eigentlich nur den Berg wertschätze. Und plötzlich wird dieser Berg durch die Tatsache, dass er eben so verunstaltet wird, entwertet. Und das ist eigentlich der Punkt, mit dem man sich tatsächlich auseinandersetzen sollte. Was ist denn der Wert eines Berges für einen selbst subjektiv? Und das ist jetzt ein bisschen angeknüpft an den vorletzten Podcast, wo wir auch darüber gesprochen haben, was die eigentlichen Intentionen sind. Aber wie gesagt, die Werte der anderen sind natürlich spannend. Ich finde die Werte falsch, die Touristen mitbringen. Aber sie natürlich nicht. Sie wollen einfach dieses Superlativ erfüllen und da ist es natürlich schade, dass wir hier jetzt mit unseren Werten aneinanderprallen. Denn der Tourist, der geht da hoch aufgrund des Superlativs und zerstört mir eigentlich den Wert des Berges, weil ich ja eigentlich ihn als pure Naturform betrachten möchte und nicht als Autobahn der Touristen. Das Problem ist, dass wir auch in einer Welt leben, in der in Österreich würde man sagen, wer zahlt, schafft an, also wer sozusagen die Kohle hat, der bestimmt letztlich was mit einem Berg zum Beispiel passieren oder passieren kann. Und das sieht man ja beispielsweise am Mount Everest. Man kann sich Luxusbesteigungen für 150.000 Dollar kaufen, wo man dann einfach hochgetragen wird oder mit dem Helikopter bis zum höchstmöglichen Camp geflogen wird und dann kriegt man auch noch natürlich alles angezogen und man lernt dort dann alles und dann wird man einfach hochgeschliffen, dann steht man oben und wird wieder abgelassen. So funktioniert beispielsweise die Entwertung des Mount Everest und für mich ist das nichts anderes als eine Entwertung. Für den Touristen ist es einfach nur, naja, er hat das Geld, also nutzt er dieses Kohle auch einfach dafür, ist sich so leicht wie möglich zu machen. Denn wie gesagt, er sieht den Wert nur im Superlativ und nicht in der Besteigung des Berges selbst. Wenn wir das alles aber zusammenfassen, wenn wir uns überlegen, dass es Menschen gibt, die einfach nur auf die Berge gehen, um einem Superlativ zu entsprechen. Es Menschen gibt wie uns, die einfach nur auf Berge gehen, um einer Leidenschaft nachzugehen, um einem Prozess nachzugehen, der viel mehr bedeutet, und das haben wir ja neulich besprochen, viel mehr bedeutet, als einfach nur irgendwo hochgehen und wieder runtergehen. Und dass es Werte gibt, die dementsprechend, dass man heilige Berge versucht zu interpretieren, Götter irgendwo in einen Berg hinein personifiziert. Wenn man all das zusammennimmt, dann sehen wir, dass wir eigentlich ein bunter Haufen an Menschen sind, die aber alle gleichermaßen die Berge besteigen oder zumindest in einer gewissen Form wahrnehmen. Was man davon sinnvoll findet und was man davon sinnlos findet, das bleibt jedem selbst überlassen, das zu beurteilen. Das möchte ich auch gar nicht beurteilen. Ich persönlich habe dazu meine Meinung, aber gerade hier möchte ich vor allen Dingen nun die Frage offen lassen, wie interpretierst du das Bergsteigen? Und vor allen Dingen, wie siehst du andere Wertigkeiten und andere Interpretationsmöglichkeiten, wenn man sagt, man möchte eigentlich nur dem Superlativ des höchsten Berges von XY entsprechen. Man möchte auf einem Berg draufstehen, der vielleicht irgendwo auf einer Schokoladentafel abgebildet ist. Man möchte auf einem Berg oben stehen, der der höchste der Welt ist und so weiter. Oder man möchte vielleicht eben auf einem Berg nicht oben stehen, weil er eine religiöse Bedeutung hat. Es würde mich auch sehr interessieren, ob es vielleicht hier unter meinen Zuhörern oder in der Community Menschen gibt, die sagen, ich verstehe die religiöse Komponente bei den Bergen. Und ich setze mich da auch so damit auseinander. Ich habe da die gleiche Verbindung zu den Bergen, wie viele Buddhisten, Hinduisten, aber auch Leute, die der griechischen Mythologie folgen und so weiter. Ich bin auch da jemand, ich möchte keine heiligen Berge besteigen, ich möchte dich auf dem Everest, weil er eben heilig ist und so weiter. Würde mich sehr interessieren, denn hier in Europa ist das ja definitiv die starke Minderheit. Aber dann würde mich natürlich auch interessieren, wieso man diese Meinung hat und wieso man gerade hier in Zentraleuropa, wo wir ein sehr, sehr engmaschiges Bildungssystem haben und wissen, dass ein Vulkan aus chemischen und geologischen Gründen ausbricht und nicht, weil ein Gott es so möchte, warum man dann trotzdem so einer Theorie und so einer Philosophie folgt. Das würde mich ganz neutral betrachtet wirklich interessieren. In diesem Sinne hoffe ich, dass ihr mir das vielleicht auch diesmal wieder per Mail an kontakt.alpenmecademy.at schreibt oder vielleicht auch gerne in die Kommentare. Und meine Sicht der Dinge, meine Intention, warum ich in die Berge gehe und was mir der Berg wert ist, was für einen Wert der Berg oder das Bergsteigen ganz allgemein für mich in meinem Leben hat, das wisst ihr ja mittlerweile auch schon ganz gut. Deshalb würde ich sagen, lassen wir es für heute gut sein. Und ich freue mich wie immer auf eure Rückmeldungen, auf eure Kommentare. Seid da sehr fleißig. Ich diskutiere gerne mit euch mit. Bis zum nächsten Mal. Wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Berg heil.